Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und durch den ganzen letzten Tag, Leute, die ganzen Herausforderungen für die Deadpool-Challenges und sogar dem ganzen Skandal mit dem Z-Max oder so, habe ich völlig vergessen, dass das neue Bundle schon online ist. Ich habe zwar gestern dazu ein Video hochgeladen, aber ich habe gesagt, ey, ihr könnt es zwar kostenlos bekommen, aber ihr seht schon im Hintergrund, wir haben das neue Schlürf-Legenden-Paket schon in Fortnite. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir uns heute mal direkt den Trailer an und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Ihr seht hier die drei, die Skins, den Leviathan, den Ben und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß, aber ihr seht hier, die werden ja durchgespült durch dieses Gelee oder durch diesen Slurpee und werden dann zum Schlürf-Legenden-Skin. Richtig, richtig nice, ich finde es für alle cool, also ich finde es richtig cool und wir gucken uns das Ganze natürlich auch nochmal an, die Gegenstände. Hier seht ihr das schon, das Schlürf-Legenden-Paket sind drei Outfits für 2000 V-Bucks. Ja, ihr habt richtig gut, Leute, 2000 V-Bucks und ihr bekommt drei Skins dafür. Sehr cool, wir begutachten mal diese verschiedenen Skins und zwar ist es die Schlürf-Reihe. Ich weiß nicht, ob da vielleicht in Zukunft noch weitere Skins kommen werden, das kann ich mir aber ganz gut vorstellen. Hier Schlürf-Saft trinken und los, reaktiv mit steigenden Schilden verwandelt sich der Kopfteil des Schlürf-Legenden-Sets. Also je mehr Schlürfe ihr nehmt, desto größer wird euer Kopf. Hier bei dem Skin ist das ebenso, bei der Patronella und bei dem Leviathan ist das ebenfalls so. Hier wird er einfach nur ein bisschen größer, ich weiß gar nicht, so groß verändert sie sich nicht, glaube ich. Hier verändert er sich wirklich und hier ebenfalls bei dem Schlürf-Jonesy. Sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut, eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Aber ich wollte nur nochmal sagen, ihr könnt es jetzt offiziell ab und sofort im Itemshop ganz links kaufen. Neben dem Iris-Paket, das habe ich tatsächlich auch noch nicht geholt, ich bin nicht mehr so der Skin-Typ. Aber hier das Schlürf-Legenden-Paket kann ich euch definitiv nur ans Herz legen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann natürlich nicht vergessen, meinen Creator-Code Meta-8 mit einzugeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Und wenn ihr das eh schon kaufen möchtet, könnt ihr das einfach ganz einfach und ehrenhaft tun. Da würde ich sagen, war es das von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da, natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und wie gesagt, den Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Wir sehen uns dann im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.